Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, den ihr wahrscheinlich auch immer wieder, auch sicherlich in irgendwelchen diversen Videos oder auch in eurem Freundeskreis jedes Mal, wenn ihr, falls ihr Rotationssystem fahren solltet oder wenn ihr mal das Thema anspricht oder wenn mal davon die Rede ist, dann gibt es immer oder werdet ihr sehr, sehr schnell merken, dass viele Männer einfach diese Angst haben oder besser gesagt mit Ablehnung reagieren, vor allem stark Blupil geprägte Männer. Wenn man sie damit konfrontiert, dann heißt es immer so, ja, aber ich kann das nicht und es ist moralisch nicht in Ordnung und es ist auch voll unfair und man verarscht dem Gegenüber oder man manipuliert die Frau oder man ist unehrlich. Also es kommen lauter Entschuldigungen, damit man es nicht macht. Und der Hauptgrund, warum diese Männer, warum die meisten Männer sich quasi in die Hose machen, wenn man sie mit dieser Thematik oder wenn sie überhaupt darüber nachdenken, vor allem nachdem sie eine Frau kennengelernt haben und sie auch an der Frau Interesse haben, wenn sie über Rotationssystemen nachdenken oder man ihnen die Idee nahe führt, dass man sagt, ey, date doch noch weiter. Triff dich doch mit anderen Frauen. Fixier dich nicht nur auf sie. Versuch noch zwei, drei andere irgendwie klar zu machen oder wenigstens eine andere klar zu machen. Und der Grund dafür ist Angst. Pure, verzweifelte Angst. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe, die meisten Männer sind sogenannte Serienmonogamisten. Und das bedeutet gleichzeitig, dass sie in einer sogenannten Mangelmentalität leben. Also sie agieren hauptsächlich aus dem Mangel heraus. Warum? Weil die blaue Pille ihnen genau das lehrt. Lebe im Mangel. Und das bedeutet, damit ihr jetzt ein besseres Verständnis habt, wie sich das im Endeffekt dann ausdrückt, in dem für diese Männer die Geschichte erzählt wird von der einen, der Seelenverwandten, der qualitativen Frau. Du wirst in deinem Leben die eine finden. Das ist das, was die Gesellschaft, die Medien, die Bluepill geprägte Gesellschaft oder die blaue Pille generell den meisten Männern lehrt. Du lebst in einem Mangel, weil du auf der anderen Seite nach der einen suchst. Und wer sein Leben lang auf der Suche nach der einen Frau, nach der einen richtigen Frau ist, lebt auch gleichzeitig in der Angst, genau diese eine Frau nicht zu finden. Oder, wenn er sie gefunden hat, sie zu verlieren. Das ist der Grund, warum die meisten Männer einen Heidenangst davor haben, es sich bei einer Frau zu verkacken. Zum Beispiel, wenn man sagt, ey, sei doch mal ein bisschen frecher. Mach mal, guck hier ein Funny zum Beispiel, aus dem Pickup-Bereich. Sei doch mal ein bisschen frech, etc., etc., etc. Deswegen haben sie Angst, das zu machen. Deswegen wollen sie das nicht machen. Weil auf der anderen Seite sie in dieser Welt leben, wo sie glauben, es gibt eine Seelenverwandte, wo sie glauben, es gibt die eine Frau, wo sie glauben, es gibt diese eine qualitative Frau. Und wenn sie sie gefunden haben, verständlicherweise, kannst du es dir nicht leisten, sie zu verlieren. Weil wenn du sie verlierst, dann bedeutet es ja gleichzeitig, du hast das verloren, wonach du die ganze Zeit gesucht hast. Und auch gleichzeitig, du wirst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht wieder so eine Frau finden. Und das ist der Grund, warum natürlich auch gleichzeitig diese Männer einen Heidenangst davor haben, wenn sie dann eine Frau kennengelernt haben. Und man ihnen nahe bringt, ey, es wäre vielleicht besser, wenn du dich nicht so auf sie fixierst und vielleicht mal noch einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten am Start hast, damit du ein bisschen nicht so ganz bedürftig bist. Warum die eine Heidenangst davor haben, diesen Glaubenssatz zu verinnerlichen. Weil auf der anderen Seite wurden die so konditioniert, dass sie sagen, aber das ist diese eine. Diese Angst, diese Frau zu verlieren, die diese Männer jetzt kennengelernt haben, die sie einfach so toll finden, sorgt dafür, dass es für sehr, sehr viele einfach sehr, sehr schwierig ist, mit diesem Gedanken klar zu kommen, zu sagen, ich habe eine Frau kennengelernt und ich finde sie super, sie zieht mich an, ich finde sie attraktiv etc. Aber ich kann es mir nicht erlauben, sie zu verlieren, indem sie zum Beispiel am Ende des Tages herausfindet, dass ich halt noch andere date.